Gesunde Ernährung. Wie hört sich das dann an? Schmeckt nicht. Drei Radieschen in einer Reihe. So, das streichen wir jetzt und wir ersetzen das, Achtung, durch Kulinarische Entdeckungsreise. Abenteuer auf dem Teller. Die meisten von uns sind Hans und Luise Schmalspurkosten. Wenn du mal guckst, wir essen häufig immer das gleiche oder ähnliche Dinge. Denn es gibt gesunde Sachen, die schmecken sogar.